Herzlich willkommen zum Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz, ich führe euch durch diesen Kurs. Ich hatte euch ja gesagt, diesmal schauen wir uns noch eine andere Verwendungsmöglichkeit an von unserem ID-Selektor. Erinnert euch daran, den hatten wir im Style-Element, oben im Kopf-Element, hatten wir den mit Hashtag und Name definiert. Und zugewiesen wird, der mit dem Attribut ID ist gleich in Anführungsstrichen und dann den Namen. Und diesmal werde ich euch zeigen, dass man damit interne Links aufbauen kann. Und zwar geschieht das folgendermaßen. Den Link selbst, den setze ich hinter, also ganz normal mit diesem A-Befehl und dann href. Und href, ihr erinnert euch noch daran, zeigt normalerweise auf eine andere Webseite, mithilfe der URL. Und diesmal zeigt er aber mit dem Hashtag und dem Namen in dieselbe Webseite. Und dann kommt hier ein Text, mit dem das dargestellt wird. Der ist dann auch wie ein Link aufgebaut, oder sieht aus wie ein Link. Und dann wird das Ganze mit dem A geschlossen. Das heißt, der ganze Text dient das als Link. Und dort, wo der hinspringt, das wird einfach mit dem ID ist gleich Name angegeben. So, das zeige ich euch jetzt erstmal in einer meiner Artikel, die ich auf meinem Blog liegen habe. Und zwar habe ich vor Jahr und Tag mal, also mein Blog, das ist nicht mein Python-Programmieren-Blog, sondern der Blog Rhetorik und Literatur. Und da habe ich vor sieben Jahren, sieben Jahre ist das schon her, ein Artikel geschrieben, der heißt Semantisches Gedächtnis. Der ist etwas länger. Ja, das war mal eine Umarbeitung von meiner Examensarbeit, oder ein Teil von meiner Examensarbeit, die ich hier nochmal umgeändert, modernisiert habe. Und der ist lang geworden und da gibt es ein Inhaltsverzeichnis dazu. Und wenn man hier auf eine der Sachen drauf klickt, dann springt man auch direkt zu der entsprechenden Stelle. So, jetzt schiebe ich euch das ein bisschen weiter rein, weil da seht ihr dann auch eine der Leistungen von diesen Links. So, hier oben, das ist sozusagen der Rand von dem Browser, nicht von dem Artikel. Und wenn ich jetzt hier auf Semantisches Gedächtnis klicke, dann springt er mir so dorthin, dass Semantisches Gedächtnis ganz oben steht. Hier vor steht in dem HTML-Code selber drin, steht dann auch diese ID, die eben genau hier die Überschrift Semantisches Gedächtnis angibt. So, aber das werdet ihr noch spitz kriegen, wenn ihr damit mehr programmiert. Ich klicke das jetzt erstmal wieder weg und wir legen uns so etwas an. Ich möchte, dass dieser Teil einen Link bildet und hier unten auf den Anfang von diesem Abschnitt hin zeigt. So, ich gehe also hin, A ist gleich href. Href gleich Anführungsstriche auf und ich nenne das Ganze mal rot 1. Hier oben, vorsichtig, das müsst ihr immer aufpassen, mit einem Hashtag angeben. Es folgt keine URL, sondern einfach nur dann der ID-Name. Und dann muss ich irgendwo das A-Element auch wieder schließen. So, und das mache ich sinnvollerweise um einen markierten Bereich herum. So, das ist das Erste, was ich machen muss. Das Zweite, was ich machen muss, ist, dass ich hier unten eine ID hineinsetze. ID ist gleich rot 1. So, und das war es dann auch schon. Jetzt werdet ihr sehen, das ist witzlos, weil sich sozusagen der Ort, wo er hinspringt und der Ort, wo der Link steht, sich auf dem gleichen Seite befinden. So, und deshalb werde ich jetzt einfach mal ganz sinnlos ein paar Zeilensprünge einfügen. So, das kopiere ich mir jetzt einfach mal und dann machen wir ganz viele Zeilensprünge. Das heißt, es wird ganz viel leer sein. Aber dafür werden wir dann auch sehen, der Befehl funktioniert. Ich speichere das Ganze ab. Ich gehe in meinen Browser hinein, lade nochmal die Seite neu und ihr seht, jetzt ist hier ganz viel Platz drin. Das Zweite, was ihr seht, dieser Text, den ich hier eingegeben habe, der ist jetzt unterstrichen. So, und wenn ich da drauf zeige, dann verwandelt sich mein Cursor in diese kleine Hand und unten auf den, hier, guckt mal hier unten an den Rand, da ist dann auch zu sehen, wo springt das hin. So, und da könnt ihr jetzt sehen, das ist mein Dokument HTML, also wie wir unser Internetdokument genannt haben. Dann kommt das Hashtag und dann kommt rot 1. So, ich klicke drauf und tatsächlich werde ich hier unten dann hingeschoben. Ich klicke drauf und es funktioniert super. Eine Sache missfällt mir noch. Ich würde ganz gerne, wie ich das auf meinem Blog hatte, das hier oben haben. Dazu muss ich allerdings dann Text dahinter einfügen, beziehungsweise Bequemer ist es jetzt gerade im Moment für mich, dass ich hier hinten einfach Zeilensprünge einfüge. Also nochmal das Ganze selten, das Ganze nochmal. So, und ich lade nochmal. Und jetzt seht ihr, folgt hier hinter ganz viel Leerraum. Und wenn ich jetzt auf den Link drücke, dann ist dein Text auch tatsächlich oben zu sehen. Und erinnert euch da dran, hier vorne, vor diesem roten Bereich, da steht die ID-Name in dem Hashtag drin. Gut, und so könnt ihr eben wirklich verlinken. Ihr könnt nach hinten verlinken, also dass ihr weiter runter in das, in euren, in euer Internetdokument oder eure Webseite springt. Ihr könnt natürlich auch von unten, von dem Ende des Website-Dokumentes, könnt ihr nach oben springen. Und das könnt ihr also hin und her schalten, wie ihr lustig seid. Ihr braucht eben diese beiden Befehle. Einmal dieses href oder ahref, das den Link markiert und eben diesen Identity-Namen. Gut, das ist es für diesmal gewesen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Da drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und da zeige ich euch, wie man sich Ränder um solche Texte setzt und wie man die gestaltet und so weiter und so fort. Dafür brauchen wir ein paar Videos. Aber damit fangen wir das nächste Mal an. Bis dahin wünsche ich euch fröhliches Programmieren.